Hallo euch meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Valve holt sich neue Leute ran, die man unter anderem von dem Spiel Risk of Rain und Risk of Rain 2 kennt. Das weiteren switchert Deadlock absolut krass rein und SnapTap hat zugeschlagen. Das und mehr jetzt im Video. Let's go! Einige von euch haben sicherlich schon mitbekommen, dass Hopu Games jetzt zu den Wollwurfs gehört, beziehungsweise für Valve arbeiten wird. Dieses Studio kennt man, wie bereits erwähnt, unter anderem von Risk of Rain 2. Das ist, soweit ich weiß, ein Third-Person-Roguelike. Und wenn man das jetzt so sieht und hört, Third-Person, dann kann man sich natürlich gut vorstellen, dass diese Leute für Deadlock rangeholt wurden, um an dem Spiel weiterzuarbeiten. Ein paar Stimmen sagen auch, ja, vielleicht das neue Half-Life, an dem ja scheinbar doch deutlich mehr dran ist, als man dachte. Aber wenn ich mir die Zahlen von Deadlock so anschaue und vor allem auch den Update-Cycle mir angucke, also wann, wie viele Updates kommen und im Moment kommen jeden Tag Updates für Deadlock, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie hier weitere arbeitende Hände ranholen, die für Deadlock reinnudeln können. Ich bin mir nicht sicher, ob die Volvos von dem Erfolg von Deadlock überrascht sind oder ob sie damit gerechnet haben, das kalkuliert war. Ich denke, sie haben damit gerechnet und bereits im Vorfeld alles soweit ready gemacht, dass da genug Leute am Start sind, die hier eben reingreifen können. Nichtsdestotrotz kommt eben, wie gesagt, dieses neue Studio mit rein. Achtung, gleich wird der Bildschirm sehr hell. Für die, die sagen, es hat nichts mit Deadlock zu tun, sondern wahrscheinlich eher mit Half-Life, da könnte man jetzt in die Richtung argumentieren, dass sowas schon mal passiert ist. Und zwar, ich glaube, 2018 war es. Da hat Valve das Studio Campo Santo gekauft. Das war zwei Jahre, bevor Half-Life Alyx erschienen ist. Und Campo Santo hat hier auf jeden Fall stark mitgewirkt bei Half-Life Alyx. Darum gibt es manche, die sagen, oh, guck mal, jetzt haben sie ein Studio rangeholt und in zwei Jahren gibt es Half-Life 3. Das klingt doch etwas sehr wackelig, aber es könnte natürlich auch sein. Ich denke aber eher, oder es ist naheliegender, dass hier in Deadlock rein investiert wird. Denn man sieht, das Spiel ist der absolute Knaller. Die Zahlen sind insane, es werden immer mehr Spieler. Deadlock ist noch nicht mehr released und hat bereits solche Banger-Zahlen. Es basiert immer noch auf einem Einladesystem. Wenn man keinen Zugang hat, kann man eingeladen werden von einem Steam-Freund, der bereits Zugang hat. Und so verbreitet sich das Spiel dann wie eine Seuche. Die Leute haben Spaß und wir haben damit auch schon sehr viel Spaß gehabt. Wir haben vergangenen Mittwoch, also vor zwei Tagen, einen Stream extra nur für Deadlock gemacht. Da haben wir drei oder vier Stunden reingeballert. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Es ist für mich alten Bock, der sowas noch nie gespielt hat, sehr kompliziert. Aber es ist auf jeden Fall zu erlernen und es macht sehr viel Spaß, während man lernt. Wenn man diese Zahlen sieht, dann finde zumindest ich, wird recht schnell klar, dass hier auf jeden Fall weitergeballert werden muss von den Volvos aus, weil natürlich die ganze Sache dann halt noch größer gemacht werden möchte. Es ist ein Riesenpotenzial dahinter. Und man erkennt hier auf jeden Fall auch, dass ein Nerv getroffen wurde und die Leute richtig Bock haben. Und jetzt ziehen wir den Schlenker gerade zurück auf Counter-Strike. Im Moment ist es ja so ein bisschen mau. Also die letzten paar Monate war es nicht so wie die Monate davor, dass wir einmal im Monat so ein mittelgroßes, schönes Update bekommen haben und auch mit Content. Ja, ich weiß, alten Content von Go, der dann in CS2 plötzlich aktiviert wurde. Es waren natürlich auch einige neue Sachen dabei, aber nichtsdestotrotz, diese mittelgroßen Updates, die waren jetzt einfach für zwei oder drei Monate wieder ausgesetzt. Wir haben trotzdem Updates erhalten, die sicherlich auch ihre Wichtigkeit hatten, siehe letzten Monat mit dieser WAG-3-Geschichte. Nichtsdestotrotz ist man so ein bisschen auf dem Trockenen, also gerade die, die auf Content hoffen oder warten. Und ich denke, es liegt nahe, dass Valve jetzt möglicherweise, wo sie mehr Arbeiter haben, die an Deadlock schaffen können, wiederum einige rüberziehen können an Counter-Strike und da weiter wurscheln können. Natürlich gibt es auch einige, die sagen, die arbeiten sowieso schon die ganze Zeit an einer ganz großen Sache. Deswegen kamen jetzt die letzten zwei oder zweieinhalb Monate nichts Größeres mehr. Und jetzt Ende des Monats zum Jahrestag von CS2 wird dann was Dickes gekloppt. Und ob daran jetzt bereits die ganze Zeit gearbeitet wird, weiß ich nicht. An sich will ich gar nicht großartig dran zweifeln, weil man natürlich auch so ein Spiel wie Counter-Strike 2 nicht einfach liegen lässt. Das ist ja klar. Aber was zumindest für mich relativ logisch wirkt, ist, dass jetzt, wo sie dieses Studio haben, auch wieder mehr Devs rübergehen können an CS2. Und da weiter und fokussierter arbeiten können als davor. Darum sehe ich sowas auf jeden Fall sehr positiv, dass so ein Studio wie jetzt Hopo Games mit rankommt, um eben einfach zu helfen. Wir alle wissen, dass Valve dafür, dass sie so insane Produkte raushauen wie Steam, das Steam Deck, ihre eigenen Spiele und so weiter und so fort, dass sie dafür an sich ein sehr kleines Studio sind. Viele machen diesen Shares, die sind ja ein Indie-Studio und sowas. Tatsächlich haben die Volvos extrem wenige Mitarbeiter im Vergleich zu anderen AAA-Studios. Und da ist dann natürlich jede helfende Hand Gold wert. Vor allem, wenn diese helfende Hand bereits aus dem Bereich kommt. Also siehe Hopo Games, Third-Person, Roguelike-Spiel, Deadlock, Third-Person, nicht so Roguelike, aber trotzdem. Also da greifen dann die Hände schon so ineinander. Und jetzt ziehen wir den Fokus rüber auf Snap-Tab. Wir haben ja alle mitbekommen, dass das Feature größtenteils verboten wurde. Und das ist natürlich auch in der ESL Pro League so. Doch bei diesem Spiel auf Ancient gegen Nip hat einer der Gegner Snap-Tab angehabt und genutzt. Somit geht Nip aus technischen Gründen mit einem 1 zu 0 aus dem Spiel heraus. Das ist natürlich sehr, sehr schwach von den Heroic-Leuten. Ossini hat dann dazu einen Counter-Tweet rausgehauen und zwar folgendes. Technischer Lose für Snap-Tab, du musst vorsichtig sein, keck. Das Witzige daran ist, dass wenn man den PC neu startet, dass es sein kann, dass dieses Feature automatisch angeht. Gestern zum Beispiel war es bei ihm an, obwohl er es vor Wochen ausgeschaltet hat. Und scheinbar war Monesi der Spieler, der reingeschissen hat. Darauf gab es aber dann auch direkt folgende Reaktion. Dieses Feature sei eigentlich bei Default immer aus. Und darauf ist Ossini zurückgerudert und hat gesagt, könnte auch ein Glitch gewesen sein. Er weiß es nicht. Ihr habt dazu nach meinem Statement gefragt, das kommt jetzt. Ich halte es für nicht zu viel verlangt, dass man als Spieler überprüft, ob solche Dinge an- oder ausgeschaltet sind, bevor ich in ein Spiel reingehe. Es ist natürlich besonders bitter, wenn es wirklich so wäre, dass es nicht nur bei dem PC-Neustart plötzlich an ist, obwohl es aus war, sondern wenn es sich einfach automatisch irgendwie einschalten würde, während du in dem Spiel bist. Soweit ich weiß, geht das aber nicht. Du musst es von Hand im Vorfeld anschalten, beziehungsweise angeschaltet haben, damit es an ist. Und wenn du es ausschaltest, dann ist es aus. Und diese Kontrolle sollte, wie gesagt, eigentlich kein so großes Problem sein. Vor allem für jemanden, der davon lebt. Also von dem Spiel lebt und das eben hauptberuflich spielt, kompetitiv. Monisi kenne ich nicht, aber ich unterstelle ihm auf keinen Fall, dass er das mit Absicht angehabt hat, um es eben, um es zu nutzen und um einen Vorteil zu haben. Ich denke, es war wirklich ein Versehen und das ist halt dumm gelaufen. Aber die Strafe dafür muss man halt dann auch einfach naschen. Und sagen, gut, naja, die anderen haben gewonnen, wir haben verloren wegen diesem Feature. Fertig. Und der Lerneffekt für Monisi, aber auch jeden anderen Profispieler sollte sein, dass man halt einfach im Vorfeld guckt, ist Snaptap oder ähnliches, wie heißen die anderen Dinger, Rappy, Snappy oder S-O-C-D, ist das an oder nicht? Kann ich jetzt sicher in mein Spiel reingehen? Habe ich meine Cheats ausgemacht oder eben nicht? Eure Meinung könnt ihr jetzt so sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wir machen heute auch wieder ein YouTube-Giveaway und das wird die Frage für dieses Giveaway dann sein. Wie eben angekündigt, machen wir heute auch noch ein Giveaway. Es gibt für euch dieses StatTrak-USPS-Flashback zu snacken. Die Frage dazu wurde gerade eben schon genannt. Und jetzt habe ich noch geschwind eine Frage wegen der YouTube-Giveaways an euch. Wir haben noch einige davon offen. Im Moment sind es sogar ganze 10 Giveaways, die ich noch auflösen muss. Ihr wisst ja, ich löse die immer in den Videos auf, auf diesem YouTube-Comment-Picker und zeige euch das immer alles. Das nimmt natürlich dann Video-Laufzeit-mäßig immer ein gutes Stückchen halt einfach Laufzeit mit ein. Und die Videos sind dann anstelle von 6 Minuten halt dann 11 Minuten lang zum Beispiel, wenn ich viel auflöse. Soll ich das weiterhin in den Videos genauso auflösen optisch, dass ihr das sehen könnt? Oder vertraut ihr mir und sagt, hey, löst die Giveaways einfach vor oder nach dem Video auf, schreibt ihr die ganzen Gewinne auf und nenne sie dann in einem Video. Einfach nur übrigens, der Gewinner von dem Skin ist das, der Gewinner von dem Skin ist das, da, 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 da. Was ist euch dabei lieber? Ich mache jetzt eine ganz normale Auflösung, so wie ich es immer mache. Wir könnten aber Zeit sparen, wenn ich die Auflösung einfach nicht live im Video mache, sondern halt einfach so und dann nur noch ansage. Übrigens, die M4A1S-Dings hat der Jürgen gewonnen. Boom. Und dann Jürgen, bitte schreib mir dein Trading, bla bla bla, so wie immer. Hier folgt jetzt also eine Auflösung, wie die ganze Zeit bereits geschehen. Die M4A1S-Infosaurus, es ging an euch am 4.8.24 raus im Video zur aktuellen oder damalig stattgefundenen Bannwelle. Und die Frage war, ob ihr damit rechnet, dass es noch eine Bannwelle vor dem nächsten Major gibt. Vielen lieben Dank für 154 Kommentare, sehr, sehr edel von euch. Und der Gewinner ist... Oh mein Gott! Kjopp! Bannwelle nehme ich immer, aber ich denke, Volvo ist mit dem Major zu beschäftigt, um da noch was zu machen. Kjopp, du hast so mitgewonnen. Schreib mir bitte hier unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner Kanal-Info bitte deinen Trading-Link bei. Dankeschön! Das war jetzt so eine Standard-Auflösung, so habe ich es die ganze Zeit gemacht. Und so dauert es halt dann ein bisschen länger, wenn ich 4 Gewinner zum Beispiel feststelle. Das Ganze könnte ich jetzt auch einfach vor der Videoaufnahme machen und einfach nur die 4, 5 oder 6 Gewinner hier im Video nennen und sagen, meld dich bitte bei mir, beziehungsweise schreib da einen Trading-Link. So wie immer halt, das, was ich gerade auch gesagt habe. Was ist euch da lieber? Die lange Variante, bei der ihr aber sehen könnt, wer wann gewinnt? Oder vertraut ihr mir so weit, dass ihr sagt, mach ruhig einfach, zieh den offline praktisch und sag dann nur noch, wer gewonnen hat. Wer also ein Macher ist, haut das gerne noch mit in seinen Kommentar hinzu. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video am wahrscheinlich Sonntag mal gucken oder Montag oder halt gleich im Livestream, Freitag, 20 Uhr geht's wieder weiter. Gestern haben wir zwei sehr geile Dach-CS-Masterspiele gehabt. Eins davon habe ich gecastet, also zwei Maps. Diesen Cast werde ich noch auf meinem Gaming-Kanal hochladen auf Bubbler Plays, aber da gebe ich euch noch Bescheid, wenn er da ist. Wer da Interesse dran hat, kann dann gerne da reingucken. Ist aber in Stream-Qualität, also nur 864p oder sowas. Also gut, dann vielen lieben Dank. Bis gleich im Stream, 20 Uhr. Heute gibt's übrigens dieses schnieke Ding hier für euch, das Snacken auf Twitch, also rankommen. Bis gleich, bye bye.